Du, Herr Jesus, hast am Kreuz für uns bezahlt, hast all unsere Sünde auf dich genommen. Gott bewies seine Liebe zu uns Menschen der Art, dass er seinen geliebten Sohn für uns am Kreuz leider liebt. Danke, Herr Jesus, danke, dass du uns errettet hast. Danke, Herr Jesus, danke, dass du dich geopfert hast. Deshalb sind wir durch Gnade, durch Gnade errettet, wenn wir seinem Sohn im Glauben annehmen. Im Glauben sind wir da, den der Gottes. Er sorgt nun durch seine Liebe alle Zeit für Ruhm. Danke, Herr Jesus, danke, dass du durch Gnade uns befreit. Danke, Herr Jesus, danke, du führst uns nun alle Zeit. Er hat nun auch Wohnung in uns genommen, hat uns auch erfüllt mit seinem heiligen Geist. Deshalb ist er uns näher, näher als alle Menschen. Dies müssen wir im Glauben erfassen und verstehen. Danke, Herr Jesus, danke, dass du uns errettet hast. Danke, Herr Jesus, danke, du führst uns nun alle Zeit. Du führst uns alle Zeit.